Musik Die Skischule See verhilft alljährlich vielen Sportbegeisterten, Spaß am Medium Schnee zu erleben. Was die Skilehrer aber skitechnisch wirklich drauf haben, sieht man nur bei der Demo-Show Feuer und Eis, jeden Dienstag bei der Bergstation der Gondelbahn. Der Programmbogen spannt sich von den Anfängen des Skilaufes bis zur perfekt ausgeführten Technik mit modernstem Skigerät auf dem Schnee und in der Luft. Untertitelung des ZDF, 2020